ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Du kriegst dafür aber kein Plus Eins, ne? Wat? Du kriegst keinen Kill dafür gezählt Haha Dann, ich glaub ich geh mal nach Lakeside über die Basso Wiese Jo Ja Die meisten Leute sollten sowieso Im Waste Land sein Oh shit pssst 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 Ich hab hier grad ne Ding Ne, ne, ne Wie heißt die Scheiße nochmal? Hat? Ken Gun Ich versuch grad rauszuwirken in welche Richtung Wird wohl Bumpy sein Jaja In welche Richtung bloß? Also Leute nicht wundern, wenn ihr mich mehrmals hört Ähh Ähh Ja Blablablablabla Immer da drin Der trägt auch Alter, wo ist der Sack? Der ist mega hart Ist der Fichser Komm der hat nur ne Ken Gun, den kriegst du ja wohl weg Komm der hat nur ne Ken Gun, den kriegst du ja wohl weg Ja, ich weiß ja nicht wo der ist, das ist kein Problem Der würde dir nicht mal genug Damage machen, wenn der vor dir stehen würde Hm Ich find ihn ja nicht, dass der so ein Problem So ein Nagel ist noch verkraftbar Ich höre ihn die ganze Zeit, aber ich seh ihn nicht Du hast doch ne Lopez ne? Hast du ne Schusswaffe ne? Hast du ne Schusswaffe ne? Jaja, ne ich hab Ich hab alle ne Waffen noch, ich hab die alle aufgehoben Plus die Munition hat nicht Ah, aber für die Bloopers hast du Muni Auch nicht, hab ich nicht bekommen Ja, und was für ne Schusswaffe hast du denn jetzt? Ich hab 3 Schusswaffen dabei Also reicht schon Oh, mit einem Amagatz Ja, ich seh ihn Bandit du f- Nein, du bist ja gar kein Bandit Hoi Junge, mach rein Ah, ich seh ihn Ja, ich seh ihn Ich seh ihn Allein weg Der wär bei mir längst tot Gatchasucker Ja, wir sehen Nein, du hast das weggeflogen Das fällt dem ein, als er hier in meinem Territorium in seiner Spuren Kengang zu ballern hat Ey, die Mod ist wieder weggeflogen, die ist lebendig geworden Scheiße Du dumme Bitch Weißt, die Leute, die haben ernste Probleme Ja Was für Probleme? Challenges, okay In CSGO, oder was? Nee, nee, nee Jäger, die Kroner schlucken sehr viel ACP Ey, Will Will Dings hier, ey Ähm Ja, sorry, Nico erinnert mich irgendwie ein bisschen an Bruce Lee What? Absolut nicht Ist hier bei mir gerade Absolut nicht, Alter Dieses Phänomen, ey, beim Zocken ist mega krass Wenn du um, wenn du um den Berg läufst oder sowas Ey, man kann jetzt seitlich rennen Das ist jetzt kein Vorderhang Das wusste ich gar nicht, dass wir das tun Das wusste ich gar nicht, dass wir das tun Das wusste ich gar nicht, dass wir das tun Komm gleich los, äh, her, dann helfe ich dir mit dem Snipern Ja Dann geh ich aufs, beim, beim, auf dem HTU hoch Der Uro, mhm Ja Nein, Ausdauer, Alter Egal, ich muss nur noch ein paar Bromax kaufen Und Wasser Und Wasser, okay La Klaas noch da La Klaas noch da? Keine Ahnung Keine Ahnung Deswegen sind zwei weg Schlitznass und La Klaas, oder? La Klaas ist nach hier, aber ich weiß nicht, wo das hier kommt Ja, gut, vielleicht pimmelt, äh, im anderen Pimmelt eher Ja, der pimmelt Ja, der pimmelt Ja, der hat Der, äh, äh Ich gucke den Stream daneben dran an, um sicherzustellen, falls, äh, irgendeiner zu uns rüberkommt Ja Hier ist halt echt so Ja, nur Noobs, du warst bloß Ist da sehbar Verpiss dich von hier Spass Also wenn jetzt die Safe Zone hier an der Tech ist, dann hab ich Spaß Kannst du mir glauben Glauben Dann hol ich sie alle weg Dann hol ich sie alle weg Vier Bambis Alle mit Messer, hey Das fährt sich lustig Dann würd ich im Sniper, im Lowscope reinrennen und loslaufen Ja? Ja Das ist cool Das ist cool Oh, scheiß Watcher, ernsthaft musst du uns genau da vorstehen Also ich lauf lang, ich lauf auf Satio raus Jo Wenn ich gekillt werde, dann siehst du's im Chat Ja Ich will das zu Island machen, Alter, aber die sind scheiß Watcher, die sind voll hässlich Hässlich Ich könnte dir helfen, willst du repaaren oder? Ja, ja, ich will repaaren Achso, ich dachte... Damit ich XP bekomme Nee, nee, scheiß auf den Ja gut, ich kann auch... Ja gut, ich kann auch... Ich kann auch mich für dich helfen Krass, klar Ich hab aber Devices dabei Ja, Devices dabei Cool Nix nicht Mit denen könnte ich die Der Watcher hat mich noch nicht gesehen Das ist ja gut Oh, Remarkable hat richtig Spaß Oh, Remarkable hat richtig Spaß Echt? Ja, der hat gerade zwei Noobs vor sich gehabt und hat ihn nicht gekillt und ihn auch lange mal leben lassen Pfff Der kann's halt Ja, der... Der hat echt Schnitte Keiner Bastard Dein scheiß Ernst? Wie... Gut, nix gelootet, also ist hier keiner Pfff 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 Wieso scheiß Viecher? Fuck Alter, wo ist die Motte hier? Oder... Oder sie ist durch die... Oder die ist durch den Boden gefledscht Kann auch sein Ja? Die Motte glitscht, alles klar Hast du was falsch eingestellt? Ja, glaub ich auch, ja Dein scheiß Ernst? Schon wieder? Also ich bin jetzt aufm Museumsgebäude gleich Circa 10 Sekunden Alter, dass diese Katanne überhaupt nicht mehr schützt, alter Diese Deckung Du wolltest mir noch ein Schultz lieber geben Ja, hab ich aber ja nicht Ah, du verreckt bist, ne? Ich hatte nicht mal einen Die Typen da oben hatten einen, aber... Die hab ich nicht gekriegt Ich hab einen gekriegt, aber der... Dann war dieser scheiß Pengu da Ja, der ging ja richtig ab Ja, der ist halt ein Cheater, was war das? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er gecheatet war Aber ich glaub ESP hat... Der hat... Der hat gecheatet Er hat auf jeden Fall gecheatet Also ESP, also Spielererkennung hat er auf jeden Fall angehabt Ja, ja, das hat er ja Aimbot weiß ich jetzt nicht Ich glaub so viel Ehre hat der vielleicht noch gehabt Ne, 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 der hatte kein Aimbot Das war... also ein Aimbot hat er auf keinen Fall, aber ESP irgendwie hat er auf jeden Fall gehabt Ja 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 Scheiße, komm mal, Alter Geh ab Ich weiß nicht, ich lieg hier grad... ich krampel hier grad richtig aufm Boden, Alter Fass deine Füße und der Füße vorbei Das kommt auf jeden Fall kein Spieler zu dir Okay, gut Siehst du mich erstmal, oder was? Ich seh dich Ja? Fast Fast Nicht mal ansatzweise Nicht mal ansatzweise Fast Nicht mal ansatzweise Ich seh'n Hunter und nehm'n Eis bei dir oben Kenn hier jemanden von oben Kenn hier jemanden aus dem Eisplan Ja, ich kenn' Eis Krypt No, nicht die äh... Eis... Eis Katana Eisbound Eisman Ach scheiße, ich hab gepullt Ich hab... ne, ich hab... ich hab gepullt Ich hab gepullt Ja, ja Ich hab'n Sniper mal reingeschossen und ich hab'n Hunter gerollt Oh, gut Dann hast du ihn dann gepullt Okay, das letzte Device Was? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ich guck mal wo... Du musst nicht mit rein... Flieg mit rein, schnell! Flieg mit rein! Was? Flieg mit rein, kriegst du EP Ich brauch' keine EP, ich bin schon 31 Was? Ich bin nicht gestorben Ich bin nicht gestorben Du... Scheiße Ich stand ja vor der Safe Zone, ne? Ich hab'n... Ich hab'n... Wie sind die vorbeigelinzt? Äh... Die sind an der... ähm... An den Bahnschienen-Dings umdrunter gelaufen Die... Diese Wichser Die waren geschickt Die waren geschickt Das ist ein Arschlöcher Hast du vielleicht ein bisschen Crow Money dir mir schenken kann, du willst? Äh... Äh... Ja, ich hab' 70 dabei Du müsst halt hier äh... Da beim Haus, da wo ich bin, hingehen Und dann unten drunter auffangen Dann kann ich dir 3... Ich kann dir jetzt halt 30 geben oder sowas 30 ist zuviel Ne, soviel brauchen wir nicht Kannst mir so ungefähr so... 15 geben wenn du... Wenn's dir nicht zu schade ist Ja, gut, klar, klar Klar, das kann ich gern Okay, ich komm jetzt Dann check ich bloß... Dann check ich bloß... Weil ich hab... Ob jemand bei dir ist Jo, weil ich konnte halt nix vor und aufheben Die ist sofort verschwunden Als ich dabei war's auch zusammen Ah, okay Okay, du musst... Ah, ich sehe dich Niemand hier Ich sehe dich... Ich sehe dich... Ich sehe dich... What? Ja, klar runter Es fliegt Es fliegt Also es... Es müsste da unten aufm Boden liegen Ja, ich seh's, ich seh's, danke Oh, ich wünschte ich hätte jetzt... Mr... Äh... Kuhjunge seine scheiß Muni, Alter Kuhjunge? Ja, Twister Achso... Jetzt den Kuhjunge? Ja, der hieß früher Kuhjunge Achso, okay Früher okay Oh, du hast mir 20 gegeben Nice, danke Ja, ja Kommst du schnell in ein Museum oder so? Äh... Nö, ich chill hier oben und guck mal so die Gegend... Alles klar Mach's mal gleich Packages Ich bin ja schon 31 Ich bin ja schon 31 Ich bin ja schon 31 Ich kann mir das gönnen Ich kann mir das gönnen Also ich kann jetzt auch... Ich kann jetzt auch Leute onehitten Aber ich bin halt nicht schnell Und hab nicht so viel HP Ja Ja Das ist natürlich richtig nervig Ja Das ist süß Ah, der lebt wieder Oh, der Sack Oh, Alter Nein Ich hab jetzt grad Zeug verkauft und bin Level 12 geworden Hä? Ich hab keine Ahnung Ich hab grad Lopez verkauft und bin Level... äh... Account Level 12... äh... Account Level... äh... Ding Ja Tests mal mit irgendwas anderem Vielleicht haben wir sich wieder angeschaltet, weil man halt... äh... weil er meine Money will Grenzen haben kann Nee Nee, ich hab nix bekommen Okay Vielleicht werden Waffen verkaufen Lattet jemand ein? Lattet jemand ein? Nö Okay Jupp Jupp Weißt doch eh nicht, wo wir sind Jetzt schon Ja, jetzt schon, aber jetzt haben wir doch eingeladen Ja Ja Wir sind heut mal nett zu dir Ja, einmal darf... einmal darf sein Hast du ja schon einen Schuss von mir abgekriegt heute? Hast du ja schon einen Schuss von mir abgekriegt heute? Das war die Rache für mich eine Mal, als ich aus Guild Road geflogen bin Jemand hat gepult Jemand hat gepult bei dir Wo seid ihr? Äh... Museum Wo? Ich weiß nicht, ich hab auf jeden Fall keine Hunter gehört Ich hab aufgenommen, ob da jemand da ist 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 Snipe die bei LSZ? Ja 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 und snipen bei der Wäsche Weil muss irgendein Nein Du und bei LSZ-Wäsche snipen? Äh... ne Siehst du mich? Äh... Das bin ich, ich bin hier oder hier draußen Ah ok, ja Ah ok, ja Aber hier ist keiner Oh scheiße, ich hätte ein paar Päckchen mitnehmen sollen Ich seh keinen Ich seh keinen Jo Hopf drauf, ballert gleich entdeck Bist du nicht gestorben, Klaas? Doch bist du Ich hab aber mein ganzes Glück wieder gewonnen Ich auch Also nicht ganzes, ich hab meine Munition nicht bekommen Aha Haben die dir das wiedergegeben oder nicht? Hä? Hä? Ich bin an LSZ gestorben Ich hab repariert Ich bin genau vor meinem Loot wieder gestorben, Alter Achso stimmt, ja Ich hab repariert Und hab meinen Loot aufgenommen Gut Ich bin extra dort oben abgehauen Ich wusste gar nicht wo der war Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich kann doch gar nicht wissen, dass ich runterfliege Äh... kann sein, dass die Marco will zu unserem Server kommen Was? Was? Kann sein, dass die Marco will zu unserem Server kommen Kann sein, dass die Marco will zu unserem Server kommen Ich versteig keinem Wort, Alter Ne, ist auch nicht hart, ne? Ne, ist auch nicht hart, ne? Also es liegt nicht an mir, ich hab Push to Talk Schau, es trotzdem doubled Keine Ahnung wieso Wer ist Kampfkaktus? Ne, der ist von uns Ich? Achso Werfen ist doch selber Nicht bei uns Das hast du ja dem getötet, du Bob Achso Mist, das ist ja Du stinkst Hier ist halt auch nicht Ja, ne Mutter Du bist jetzt, du bist jetzt ja Mr. Bandit der Satz Jetzt wirst du beleidigt Echt? Oh, Junge Why not? Ja, läuft bei dir Mr. Bandit, Alter, so lange nichts mehr von ihm gehört Ja, der war erst gestern da Der ist voll angepisst wegen dir Wieso? Dass du zu FB gewechselt bist Da lang war nicht rumheulen Ja, der ist doch, der ist doch nur ein Pussy, du kennst ihn doch M-M-M-Monster-Kill Kill, Kill Ich passiert halt echt nichts Ich brauch Packagees Also wenn du leveln willst, mach 4 Päckchen im Wasteland oder 5 Ja, das sowieso, aber ich bin ja nicht im Wasteland Das ist ein Scherz, oder? Boah, la klasse, wie Assi bist du Obwohl, ja gut, ist ein Noob halt Halt, schnell, Alter Halt, schnell, Alter Ich komme Was ist das Kunde? Hä? Bist du nicht mehr auf deinem Spot, oder was? Also ich muss deine snipen, um Leute zu töten Er hat mein Wort Ist mir egal, ich snipe 14 Snipen ist voll geil, Alter Ja, muss ich halt echt sagen Soll ich euch doch drüben mal wegholen? Hm? Soll ich euch doch drüben mal wegholen? Neee, ich brauchst doch mal Schaffst du doch gar nicht Wetten? Er geht aufs Harte und voller sich weg Boah, du bist so auffällig da oben Ah, ich bin hier zu gern snipen Ich trade jetzt aus der Gruppe außen und ich hole euch alle Päckchen, okay? Nein Nein Was? Den Loot dürfen wir aber behalten, oder? Hä? Den Loot dürfen wir aber behalten Ja Ich mach da auf keinen Fall mit Ja, weil Na ja, er wird sowieso verlieren, deswegen Gönnen wir es ihm mal Jetzt, jetzt momentan hab ich verstanden, ob ich mich äh Ich hab mich nach Klasse zu stellen Warum denn? Weil er mich da selber getötet hat, der voll der Pro ist Pfff Boah, gut, dann lass uns Wasteland gehen, oder sowas Ja, ich mach sowieso Wasteland Warum der hatte Öerb? Warum der hatte Öerb? Hab doch, das Expertenquart Für? Was? Ich war eigentlich in der Safe Zone, als das Ding repariert wurde Was? Was? Mach da einfach Museum-Pakete, das geht doch auch schnell Nee, die sind scheiße, nee Die Museum-Pakete gibt ein Paket kann mal zwei Level Äh, ein, zwei Pakete, zwei Level Ja, das ist so scheiße, oder? Ja, ich hab kein Main-Paket Das dauert viel zu lange Ja, vielleicht triffst du noch vom Stumpys oder so Nee, die hole ich direkt Ja, bei mir rennen überall Noobs rum Ja, ich seh sie auch hier in Lakeside Uuuuuh, wie kann er klatschen? Ja, dann komm ich zu euch Ich brauch nen Speedhack für, für diese scheiße Pakete Dafür wär halt Speedhack praktisch Ja Aber auch nur für dafür Alter, wenn du Speedhack hast, dann hast du innerhalb von Vishnu eine Stunde Sollten 100.000 machen, oder so Ach was? Ist so, ja Die Päckchen müssen da respawnen Hä? Die Päckchen müssen da respawnen Du kannst alle Päckchen einsammeln Nach HTO, TTO, TYO Und dann bist du die alle ausgedrangen und musst du dich schon wieder respawnen, glaub mir Ja, gut, da wird auch wieder wahr Naja, wenn du das hast, spawne ich aber doch neue Schleifst du? Ach so, okay Ja, ich fühl auch wieder da Geil Mr. Trister, das ist doch praktisch, ne? Mr. Trister Hm? Ist doch praktisch mit nem Speedhack zu leveln, oder Mr. Trister? Mr. Trister Hast du mal nen Speedhack angehabt? Nein, hatte er nicht Pssst, tu doch nichts Mr. Quister Du bist doch voll der Legendplayer Ja, ganz ehrlich, wenn das nur festlevel ist, dann würde ich es sogar machen Ja Ja, das ist Levelwert da einfach mal Ja, sobald man niemanden damit killt, dann ist sie eigentlich okay Hey du Trainer hab ich auch Shwake 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 Versteck mich Versteck mich Er versteck mich Er sieht mich nicht Mach den Hau Versteck dein Gesicht, dann sehe ich mich You don't see me Zeig mal Ich zeig dir jetzt mal was Ein Mega-Spot Da werde ich mich jetzt verstecken Er braucht Crystal Map Ja, na klasse, alle brauchen Crystal Map Meiner Hier ist jeder Crystal abhängig Je mehr Crystal, desto besser bist du Je mehr Crystal, desto besser bist du Boah, Alter Remarkable tut mir echt leid Level 7 Und er hat 500 Cash Nö, ich bin auch nicht besser Aber ich tue auch keinem leid Haben wir trotzdem immer gekillt Bajo rein Bajo rein Bajo rein Wer? Spür Hast du den Rucksack? Hast du den Rucksack? Ich weiß nicht, ob der ein Dings hat Ich weiß nicht, ob der ein Dings hat Ein Large Ich hab's nicht auf den Weigen gesehen Hat der eine Waffe? Ich hab's nicht gesehen Wollen wir mal rein gehen? Warte mal kurz Warte mal kurz Ich camp gerade da drauf Warte mal, hab ich den Smith & Grizzly, Alter Weil du einen getötet hast damit Ach ne Der eine hatte halt Ne, der hatte gar nichts Ich denk nicht, dass er da ganz oben sitzt Ich schau ja schon da drauf Aber wir kommen doch Sturm jetzt einfach Ja komm, ab rein Ich kenn nur alle meine Waffen verlieren Äh, kommst du mit? Ich, ich snipe hier von hier unten Ich seh die ganzen Broco 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 Basso Broco Ist denn eigentlich auch da? Ja, co 22 Go go Boah, sehe ich gerade zwei Speedhacker in s Wasser reinlaufen Hmmm, Speedhack Würde Bob Ja, Speedhacker halt Sag' ich doch Die sind bestimmt schon weiter weg Oh oh oh, einer kommt hinterher, einer kommt hinterher Vorsicht, grüner Hubsack Habt ihr's gehört? Geh weg von der Treppe, geh weg von der Treppe Weil's einer von oben kommt Bleib dort stehen, genau Ist der schon rein? Der ist hochgelaufen, glaub ich, also der ist gleich euch hinterher und hat ne Waffe Also bei uns ist noch nix Der kommt schon gleich, keine Sorge Soll ich kurz Lockvogeln? Soll ich kurz Lockvögeln? Nein Lockvogeln Lockvogeln, ja Was hat das von der Waffe? Seid ihr ganz oben? Nee, nee Erste Etage Erste Ihr? Ja Ja Der Typ ist auch in die erste Etage reingelaufen Nee Der Typ ist in Ende, weiter hoch Achso, dann ist er eins unter euch Anscheinend Soll ich kurz rausgehen und hinterher laufen? Was hat das da von der Waffe? Keine Ahnung, konntest du von hier aus nicht sehen Ich hab nur gesehen, dass er sofort euch hinterher gelaufen ist Grüner Rucksack, weil weiß und weiß ist die Fresse So ein Kamo weißer Anzug Na klar, soll ich kurz neu reingehen? Soll ich kurz neu reingehen? Wo rein denn? Ja, kurz runter und nochmal rein Döö Siehst du was? Nee, gell Jetzt mach doch einfach mal YOLO und dann kill den Ich check oben, guckst du unten, ok? So ein Gapies-Zahn hat mir ne Einladung geschickt Ja, komm lass kurz runter springen und gucken Dann hat der oben auf die Schausse Du rechts, ich links Jo Ja, erstmal an der Treppe festhängen. Muss sprengen. Haben ihn, glaube ich, gesehen. Weißen nicht, oder? Karma weißen nicht. Schüsse. Bam, Junge. Hast du ihn? Ja, ja. Ich hab aber ein wenig Leben verloren. Boah, no scope, Alter, wie schlecht ich geschossen hab. Lopez hätte das. Meiste Mütze, oder? Das war ihr schon. Ja. Oben, oben. Fuck. Eine Treppe. Schade. Einer gestorben von euch. Ja, ich... Ich komm mal nach, ne? Ich komm jetzt, ne? War einer oben, oder was? Ja, sammeln wir mal mein Zeug ein. Was heißt, äh, ja gleich. Ja, ich komm jetzt rein nochmal, gell? Jojo. Einer ist aus dem Land. Ich seh ihn, ich seh ihn. Er ist unten. Laclaz? Er ist ganz unten, Laclaz, gell? Er ist grad rausgesprungen. Schade, Alter. Oh, ich kann mit der Maschine... Komm jetzt mal mit rein, okay? Komm mal her, er muss looten. Der ist unten, ne? Ich hol mir grad Stuff. Klaz, ich bin unten. Das bin ich. Also, ich brauch ja nicht viel mitnehmen, oder? Da ist auch andere Seite, jetzt. Okay. Da ist nebens, Jo. Wo genau? Bei mir, Jo. Ja, 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 ja. Oben? Also, ich komm nach. Also, ich komm nach. Ich hab noch Magda eingepackt diesmal. Hab ihn. Nice. Ist da noch einer? Ne. Ja. Was? Ich hör Schüsse. Ja. Warren. Nein. Ist der draußen, oder wo? Ist der draußen, oder wo? Keine Ahnung. Ich hab Schüsse gehört. Quack, er hat mich erwischt ein bisschen. Ist der oben, oder wie? Ich hab ihn auf jeden Fall erwischt einmal. Sind die unten, oder oben? Hasten. Nice. Also, alle weg. Ja, ja, alle weg. Gut, dann komm ich rein. Ich check mal seinen Luke. Ich komm rein. Komm rein. Jo. Da bin ich. Wo ist denn mein Zeug? Wo ist denn mein Zeug? Da hinten bei dem Ding. Da hat reinfallen Storlogard, der Neger. Alter. Alter. Ja, ich hab schon mal das eingepackt. Ja, guckst du, dass keiner kommt? Was meinst du mit Rest? Also, ich hab nur das eingepackt. Okay. Jo, wir sind am, wir sind am. Wo? Jo, da Marco kommt. Hast du den Sein Loot? Ja, ich hab Sein Loot. Ich hab Sein Loot. Da kommt, der ist unsafe. Zwei Spieler jetzt. Wo, wo, wo? Bei mir. Ich bin noch drinnen. Ich auch. Ich hör auf jeden Fall jemanden laufen. Ja, die sind bei mir. Ja, die getrauen sich nicht. Einer kommt jetzt an. Einer kommt, der hat ein Messer. Okay, okay. Bleib, 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 bleib. Ist reingesprungen. Okay. Warte, der ist doch noch safe. Der ist safe. Der ist safe. Ja, hör auf ihn wegzuschmeißen. Nein, aber was schluckt denn der? Und willst denn du hin, du kleiner Spass, neider? Meins. Hast du das Cash aufgesammelt? Ja. Ich glaub's ja nicht. Warrin. 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 Oh, Golem, Golem drin. Golem. Aua. Da ist ein Golem, ne? Ja, weil der ist da drüber raus. Da ist noch safe. Jetzt er, jetzt er, jetzt er, jetzt er. Ah, wow. Alter. Boah, der hat mir gegeben. Äh, kannst du mir Zeug von mir geben? Junge. Weg, weg von mir hab ich. Äh, leider. Wo ist denn der? Oh, ich hab mega viel Muni gedroppt, glaub ich. Kannst mir was abgeben, wenn du willst. Ich hab noch einen 3, ich spiel noch einen 3. Äh, äh. Da kommt der. Aha. Äh, äh. Die Sonnexpulse waren deine, oder? Hab ich schon, hab ich schon. Hab ich schon, hab ich schon. Hab ich schon, hab ich schon. Will jemand noch was? Äh, ich hatte vier, vier, ähm, vier Dingsteile. Ich hab noch zwei, ich muss Wäsch benutzen. Ah, okay. Dann geh ich mit Wäsch kaufen. Okay. Der Typ will die Uzi. Dann hol ich mit Wäsch der Muni. Dann hol ich mit Wäsch der Muni. Leg die Sniper rein. Dann kannst du mir die Muni geben, oder? Für was? Ein bisschen davon. Wen hab ich denn geholt? Genau, SD1S. Kannst du mir so ungefähr nochmal so 10 Schuss von der, äh, äh, 7.62 geben? Ja, genau. Ja, komm her. Ja, komm her. Dann haben wir noch zwei. Nee, die hat zwei Glas drauf. Ach so. Will jemand eine Mach 9? Wir tauschen dich gegen sehr viele Munitionen. Hehehe. Ja, der hat auch viele Nummer zu wissen. Die ganze Zeit steppt. Boah, ich leg die Mach 9 wieder in mein Inventory. Wenn ich die, äh, wenn ich die, die, die MagdR dabei hab, dann brauch ich die nicht. Warum kauft der die Scheiße nicht? Bin ich voll, oder was? Leute? Ah, toll. Ja. Internet ist aus. Tut mir leid, Leute. Bis zum nächsten Mal.